Komm mal wieder hin, Wacka! Junge, das ist kein Rassismus, man! Was? Ich war cringe, Digger. Auf jeden Fall, Gene Domenic, meine Freunde, was geht ab? Heute stellen wir uns die Frage, sind Sniper OP oder nicht? Also die Pellingen, so kurz und knapp gesagt, die Pellingen finde ich gut, die Tundra ist okay und die Barrette ist schmarrer. Ich habe jetzt eine Runde mit der Barrette gespielt und ich sage euch jetzt, warum Sniper nicht okay ist. Sniper ist meiner Meinung nach nicht okay, weil passt auf, ich spiele jetzt Barrette Standortkasse, ja? Und passt auf, erstens, wenn ich in Scope reingehe, was ist das? Was ist das? Ein Beispiel jetzt, ja? Ich gehe in den Scope und werfe gleichzeitig diese Fernbedienung hier, von da hinten, mein Licht. Das machen wir jetzt einfach mal und dann werdet ihr sehen, dass Sniper nicht OP ist. Pass auf, ich scope rein und werfe gleichzeitig die Fernbedienung hoch. Digga, in einer Zeit, wo die Fernbedienung wieder landet, bin ich gerade mal im Scope, ja? Das ist doch verarscht, guckt mal, wie lange ich brauche. Oh! Da wäre was Wildes passiert. Aber habt ihr gesehen, dann gebe ich sogar noch Hit, Marika, mit einer Barrette. Hallo? Eine Barrette? Eine Barrette? Ich glaube sogar, eine Barrette hat panzerbrechende Munition in echt. Guck mal, ich gehe in Scope tot. Guck mal. Direkt down. Deswegen ist meiner Meinung nach Snipen überhaupt nicht OP. Leute, die sagen, Snipen ist so OP, Crimsticks und wer auch immer. Ich will jetzt keine Leute hier anfangen zu beleidigen, weil da distanziere ich mich von. Aber ey, come on, Digga. Guck mal, wieder Hit, Marika. Es ist eine Barrette. Es ist eine verfickte Barrette. Das kann nicht sein, dass ich da Hit, Marika, verteile. Jetzt mal ernsthaft. Da, ich... Wieder... Ey, das kommt, Männer. Was ist das für ein Scheiß hier, Alter? So, erstmal hier im Harz gucken, die Ecke, ne? Damit die auch auf irgendwas geht. Wieder Hitmarker. Das ist jetzt der dritte Hitmarker hintereinander. Und wer will mir erzählen, dass Snipen OP ist? Leute, wacht auf. Die, die das sagen, wacht auf, Digga. Kommt, klauft, euer Lieben. Ehrlich. Eben gerade wollte ich doch keinen Beleidigen. Weißt du, jetzt werde ich... Sage ich zu denjenigen, die sagen, Snipen ist OP, dann auf ihr Leben. Klar, komm, wir holen. Komm mal, wieder Hitmarker. Juck, das ist ein Rassismus, Mann. Was ist das? Vierter Hitmarker hintereinander, Junge. Moin. Digga, da wird man nur aggressiv, Alter. Weißt du, die MP5 macht immer Pik, Pik, Digga, also weg. Pik, Pik. Und dann komparend macht Pik. Hitmarker. Bis du da wieder am Skop bist, wurdest du achtmal. Achtmal, ich schwöre, von der MP5 gehört. Du, Digga, da macht mich das echt anders. Ohne Spaß, Paradebeispiel, dass das Snipen nicht OP ist. Das funktioniert nicht. Da muss was geändert werden. Hitmarker. Fünfter Hitmarker. Digga, ja. Ja. Ja, da hat man ja richtig Spaß zu spielen. Juhu. Digga, ey. Really jetzt? Really jetzt? Sechs Hitmarker jetzt hintereinander? Sechs verfickte Hitmarker mit einer Barrette? Digga, jo. Hä? Digga, wie geht das? Wie geht das? Junge, was wollt ihr mir erzählen? Digga, nein, Mann. Was ist jetzt hier gerade los? Digga, ich hab... Sieben Hitmarker hintereinander... Sieben. Sieben Hitmarker jetzt hintereinander mit einer Barrette. Barrett. Es ist eine Barrett. Es ist keine Pellingen. Es ist eine Barrett. In dem Moment, wo es jetzt auch... Das ist eine Barrett. Einfach nur unfassbar. Ich glaub, das wär's auch mit dem Video. Ich wollt eigentlich nur ganz klar klarstellen, dass das Snipen nicht OP ist, weil ich hab bei Twitter jetzt mitbekommen, dass Crime6, Sensor und so gesagt haben, dass das Snipen angeblich OP sein. Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Also echt. Guck mal, ich verteil ja auch ohne Hitmarker. Und dann soll man als Sniper Spaß haben, auf Diamant zu breiten? Ne. Also wenn ich die Barrette nicht ganz schnell gepatcht wird, dann werd ich die nie wieder anfassen. Ehrlich. Ich werd die Gold machen und danach nie wieder anfassen. Hitmarker. So. Ich hab jetzt... 7, 17, ja? 7, 17 und 1.900 Schaden. Und der über mir hat 24 Kills, hat nur 1.500 Schaden mehr. Der hat 1.500 Schaden mehr und hat 17 Kills mehr. Merkt ihr es auch, ne? Da merkt ihr auch. Da merkt man, dass man komplett verarscht wird als Sniper. Ja, baby, let's go.